Willkommen zu meinem neuen Video und zu meiner neuen Reaction und wir haben dieses Mal Gant mit 3 Uhr Gut, bei Gant ist jetzt das Thema bei mir Der eine Song, den ich mal gehört habe, wo ich noch keine Reaction gemacht habe war Fluss, der war mega geil und der letzte Song, den ich von Gant gehört habe mit diesem Feature mit Bella wo ich gedacht habe, das ist die Frau im Video ne, das war ein Typ war ja ein Flop, also für mich Fly war jetzt nicht so meins Gut, jetzt bin ich mal gespannt der Song kam, wenn mich nicht alles enttäuscht kam der, steht nicht noch, der rauskam ich glaube aber den Donnerstag, also was haben wir heute, Samstag und ja, dann bin ich mal gespannt was Gant uns jetzt liefert ob es jetzt da wieder so, was ist so Fly-mäßig oder ob es vielleicht so Fluss-mäßig was ist mal gucken so, die Lautstärke passt hoffe ich aber mir kommt es mir so vor ok, die klingt schon mal irgendwie interessant äh, mir kommt es mir vor wenn ich die Mucke ein bisschen leiser habe dann ist irgendwie, sperrt YouTube das ganze Ding nicht wenn ich es lauter habe, dann sperrt das ich verstehe es nicht ich las einfach mal so ich denke, das ist relativ leise ok ok ich bin am Fliegweg mhm, da macht einer auf ein bisschen singermäßig finde ich schon mal nicht schlecht macht was ein bisschen lausamer Scheiß drauf finde ich schon mal besser als Fly finde ich jetzt schon mal besser so noch nicht Fluss-mäßig aber ich finde es schon mal besser ich bleibe wach mein viertes Gas wahre besoffen durch die Stadt und gebe Gas, 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 Gas ich rufe dich und besetzt du rufst zurück, doch ich hab kein Netz bitte sag mir, wo du grad steckst ok ok äh, fand ich gar nicht schon schlecht dieses, der, der, der Schluss mit Gas, Gas, Gas fahre besoffen durch die Stadt und gebe Gas, Gas, Gas mhm ich rufe dich und besetzt du rufst zurück, doch ich hab kein Netz bitte sag mir, wo du grad steckst den Leuten erzählst du, ich wer dein Nex ey, mein viertes Gas bitte sag mir, wo du grad steckst den Leuten erzählst du, ich wer aha ok ich hoffe, die sieht man auch noch mehr als nur bei, hier bei der Szene dein Nex ey, mein viertes Gas, Bombay du fixst mein Kopf, aber schon noch ojojojojojojojojoj hm ok, hat was, hat was, hat was okay jedes mal, wenn ich Hoffnung seh frage ich mich, ob mich nur Gott versteht drehe durch, versuche dein Name wir sind nicht mehr da, wo wir früher mal waren ich liebe dein Duft, auf einmal die Kontakt doch geh ich zu Boden, bist du für mich da alle fags, säme raus, tu bist du weg, bin ich auf Entzug ich hänge an dir, so wie ein Tattoo öfter Krieg, doch du tust mir gut Ich häng an die wie an der Tour, ok? Linus? Ich bin am fliegen, Baby, sag mir was du machst. Ich bleibe wach, mein viertes Glas. Fahrer besoffen durch die Stadt und gebe Gas. Bis drei und... Ah! Okay, geil! Das ist schonmal mega geil. Okay, ich finde schonmal gut, dass er so ein Teil hier mäßig nur mit Singen reingeballert hat. Jetzt die Hook, die macht wieder ein bisschen mehr Flop rein. Flop? Pop? Ne. Es ist ein bisschen mehr Tempo, kann man sagen. Und ja, doch, mag ich. Und der Rap-Part passt auch. Ist auf jeden Fall ein besseres Flight, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Ich bin am fliegen, Baby, sag mir was du machst. Ich bleibe wach, mein viertes Glas. Fahrer besoffen durch die Stadt und gebe Gas, 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 Gas. Der Weg ist weit und ich gehe zu Fuß. Mir kommt echt vor, er kann irgendwie wirklich beides. Er kann gut rappen, das ist eh klar. Und er kann aber auch so mehr singen-mäßig das irgendwie kombinieren, würde ich einfach mal sagen. Also... Okay, ja, doch. Der Beat ist geil. Der Beat ist nice. Der Beat in der Stelle ist geil. Wir leben doch reden nicht mehr. Ich frage mich wo ich ohne dich wär. Wie im Traum doch ich sehe kein Ende. Ich spür wie Gedanken mich lenken. Ich will weg doch ich fühl mich gefesselt. Ich spür wie Gedanken mich lenken. Ich will weg doch... Oida. Ich spür wie Gedanken mich lenken. Ich will weg... Bonus... Boonu! Boonu! Bonus, Bonus, Bonus! Allein wegen ihres ist das Musikvideos schon bombe. Ich fühl mich gefesselt. Ich versuch, doch ich kann nicht vergessen. Lass dich los und wir fallen tief. Nur wir zwei in meiner Fantasie. Eieieiei. Okay. Das ist ein geiles Bild. Gut, ich würde mal sagen, die Hook jetzt kommt. Also die Hook macht fertig wahrscheinlich und dann war's das eh. Bis jetzt, also da kommt mir nichts mehr, aber der Song ist auf jeden Fall, der ist so, ich würde sagen, in der Mitte. Der ist nicht so gut wie Fluss, aber der ist auch um meinen weit besser als Fly. Geil. Geiler Song. Geiles Musikvideo. Wegen ihres ist ein bonus. Und, äh, ja, gefällt mir. Bis 3 Uhr nachts. Ah, verdammt. Das Schluss war, okay, das Schluss auch nochmal bis 3 Uhr nachts. Gut, okay, erstmal like. Da lassen wir, das verdient ein like. Ähm, ja, was soll ich noch sagen. Geiler, geiler Song. Ähm, das Musikvideo hat ja auch, hat ja auch was, weil es ging halt so um 3 Uhr. Und 3 Uhr nachts und dunkelheit und was weiß ich nicht und alles. Also, das hat auch gepasst. Und, äh, die richtige Frau ausgewählt sowieso. Waren wir gar nicht reden. Äh, ja, like ich. I like it. I like it. Ähm, ich würde sagen, der Spaß bekommt von mir, äh, so punktemäßig eine, was gebe ich dem Spaß, was gebe ich dem Spaß, was gebe ich dem Spaß. Eine 8 bis 7. Machen wir eine 8. Machen wir eine 8. Der Song bekommt eine 8. Ja. Auf jeden Fall. Doch. Weil besser es bleibt. Ist aber, war sowieso. Gut. Dann würde ich sagen, das war's von dem Video. Und, äh, schreibt in die Kommentare, wie immer, was ihr von dem Song haltet. Wie viele Punkte ihr dem gebt. Und, ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Wieder. Bis dann. Ciao.